Willkommen zurück und heute befinden wir uns wieder am Flughafen und mal wieder als Flugbegleiter und ich hasse diesen Job. Ja und heute mein Kurzstreckenflug, auch wenn wir wieder, ja wir sind das letzte Mal nach New York geflogen. Wir fliegen zwar wieder nach New York, aber diesmal wir fliegen über das Land und nicht einmal hier um Kanada und alles herum. An welchem Gate geht es los? Ah, hier landet gleich noch. Moob Air, an Gate 10. Andere Richtung. So. Es geht auch gleich direkt los. Ich sollte mich nur ein bisschen beeilen, auch wenn es erst um 1 Uhr morgens wieder los geht. Was ist denn hier los? So, ähm, hier sitzen schon ein paar Leute. Ja, wir haben heute ein kleineres Flugzeug. Das liegt daran, dass ich heute hier nicht so viele Leute an Bord nehmen muss. Ja. Ja. Oh, er. Der guckt kommisch. Ah, das ist doch der, der letztendlich mal hier stand. Der fliegt heute auch in den Urlaub. Ja, ähm, ich würde dann schon mal an Bord gehen. Ach ja, da fällt mir auf. So. Ja, obwohl, ach, ich hoffe, das war nicht so laut jetzt. Ähm, Bordingmusik mach ich mal an. Ja, sieht ganz gut von innen aus. Ja, Herr Kapitel. Da ist nichts im Koppel. Ähm, ja. Ähm, willkommen an Bord, willkommen an Bord, willkommen an Bord. Und, ja, zügig. Äh, wir haben nicht ewig Zeit. Darf ich rein? Nein, wie nein? Äh. Warte, das ist doch mal ein Flugzeug. Warum hab ich eigentlich mein Koffel? Ja, Captain, kannst du ruhig sein? Ich hab dir gerade gesagt, du sollst den Tisch hoch machen. Und, ja, der Gamemaster. Warum sind wir dann heute so wenig? Wie viele Passagiere haben wir? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ähm, also, ähm, nimm, 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 nimm. Und, ja, kann ich auch stellen. So, ähm, okay. Heute stürzen wir mal nicht ab. Hoffe ich. Dann werden das wieder passiert machen. Will you like to anything to drink? Ach, ich meine eat. To eat? I want a bread roll. Okay. Do you want to anything to eat? Chips? Do you want to eat? Do you want to eat? Wer möchte was essen? Ähm, der möchte einen Bagel und der möchte eine Brotrolle. Und, ähm, was willst du? Und, ähm, was willst du? Nutmix, du und du? Breadroll und Nutmix. Also, Nutmix, Nutmix. Und der hier, der sollte eine Breadroll. Was willst du trinken? Interessiert mich gerade nicht. Ähm, du möchtest Kekse. Okay. Die will nichts. Die will, was für die der will? Sprit. Nicht netz Sprit, damit keine Derville machen. Warum hat der mir nicht gesagt, was er essen will? Der kriegt jetzt nichts. Ja, genau. Der wollte Pepsi. Der wollte auch Pepsi. Was willst du denn? Ah, der guckt auch schon beleidigt. Ja, okay, jetzt verstehe ich's. So, was willst du? Okay. Was willst du? Und was willst du? Ja, vielen Dank, dass wir nicht abstürzen, Herr Kapitän. Applaus. Ähm. Ach, jetzt kommt wieder die Mülleinsammlung. Ja, das, was wir hier einsammeln, ist YouTube. Ähm, das sind die Untertitel von, also das sind YouTubes selbstgemachte Untertitel. Die sind Müll. Ich meine, wenn ich sage, ich mach eine Pizza. Da kommt raus. Hallo. Ja. So witzig. Ich weiß. Ähm. Seedbelt ist klar. Ja. Blablabla. Mach deinen Tisch gefälligst richtig. Mach deinen Tisch gefälligst richtig. Und jetzt landen. Und runter. Und runter. Ja, geht's nicht an den Tisch, Herr Kapitän. Ja. Applaus, Herr Kapitän. Und sie haben eine sehr gute Landung hingelegt. Ich hoffe, sie landen nicht noch. Und, ein bisschen runter. So, liebe Leute, sie können raus, nachdem ich sie verabschiedet habe. Ja, ich weiß, dass sie kein Bock mehr haben, aber ja. Ich bin dazu gezwungen. Und, ähm, ja. Bis zum nächsten Fluch und Job. Äh. Aber ihr bleibt noch dran. Und wir müssen sie noch aufrollen. Raus, raus. So, danke. Reicht dann. Dann noch hier. Hier. Und hier. Dann. Du, du, du. Ach ja, öffnen muss ich die. Ähm, ups. Ja, ja. Was ist das? Warum 1,70% Flugqualität? Ach, so wegen der Landung. Ja, Herr Kapitän. Von mir können Sie sich mal eine Scheibe abschneiden. Denn als nächstes kommt er mit dir, wie ich fliege. Und dann können Sie sich das angucken. Okay? Ja, an euch auch dann. Äh, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, wenn ich dumme Leute bedienen muss. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal und ciao.